Wie es scheint, muss ich dich über die Geschichte aufklären. Über deine Geschichte. Dein Vater konnte Dinge vorhersehen. Was hat er gesehen? Dass Könige ihre Untertanen brauchen. Ein gefährlicher Gedanke. Sich erheben, immer und immer wieder, bis die Lämmer zu Löwen werden. Mein Vater ist gestorben hierfür. Was bedeutet das? Dass man niemals aufgeben darf. Ein König feischt nicht um die Treue, die ihm seine Untertanen schulden. Im Namen von König John. Bezahlt. Oder brennt. Es gibt viel Unrecht, wieder gut zu machen im Reich von König John. Ich bete für ein Wunder. Wir müssen etwas tun. Wir sind einfache Schützen, Robin. Die Gesetze dieses Landes machen das Volk zum Sklaven seines Königs. Eines Königs, der nichts als Gegenleistung bietet. Robin Longstreet, auch bekannt als Robin Hood. Wegen der Anstiftung zum Aufruhr erkläre ich ihn zum Gesetzlosen. Alle, die ihm Schutz bieten, dürfen auf der Stelle getötet werden. Nagel bitte. Wie es scheint, teilen wir mein Schlafgemach. Aber ich schlafe mit einem Dolch. Wenn ihr es erwägt, mich zu berühren, trenne ich euch von eurer Männlichkeit. Danke für die Warnung. Robin, euer Vater war ein großer Mann. Ihr seid eures Vaters Sohn. So viele Männer, wie du benötigst. Bist du bereit für deine Bestimmung? Ja. Was wir fordern, ist Freiheit. Freiheit per Gesetz. Sich erheben immer und immer wieder, bis die Lämmer zu Löwen werden. Die Lämmer zu Löwen werden, bis die Lämmer zu lösen.